hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu barfuchs im mittelalter ich bin natürlich wieder mal nicht alleine unterwegs sondern mit dem asim hier beim letzten mal sind wir ja extra hier noch holnika gelaufen um noch ein paar quests zu machen und natürlich um endlich mal kapitel 3 abzuschließen und zwar das erfolgreiche flirten jetzt habe ich gerade gesehen dass die erika hier belagert wird gehst du mal weg das ist meine zukünftige na da ich bin deine waren erst mal deine waren gucken dann musst du weg rote beet rockenkorn und hier gibt es auch alles mögliche an samen das finde ich schön doch alles gar nicht so billig wenn ich so sehe wie mein geld aussieht wird mir ganz anders kannst du ein wenig zur seite gehen bitte wo mira was ist hier los was geht denn hier ab komme ich trotzdem vielleicht an erika an es geht so wir wollten ja flirten ach ich habe angst ich möchte etwas sagen schöne frau was haben wir auswahl wohl geformt die figur schon wieder ich bewundere deine ehrlichkeit da habe ich gespannt bloß was plus 50 das ist ja heftig warum habe ich die auswahl nicht immer ich glaube ich habe gerade meine meine quest abgeschlossen und dann habe ich dynastie punkte bekommen wenn ich das richtig gesehen habe 199 und ich habe schon gebäude limit von 0 es wird zeit dass ich mal ein bisschen bisschen was baue nicht und fähigkeiten habe bekommen in der diplomatie jawohl so sehr schön ach das freut mich so was machen wir jetzt nehmen wir die erika trotzdem noch mal mitnehmen könnten wir also heiraten können wir sie theoretisch schon wir haben ja ein häuschen aber wir hätten noch keinen job für sie das müssen schwierig und das hier so dass sie gerade so belagert wird scheinen als fans verliert zu sein weil wir haben jetzt schon also ich werde jetzt nicht nein und amelia du bist auch ein bisschen so reif so aber irgendwo war doch hier noch eine quest also da ist da ist nicht wo ist da steht einer da albert albert was möchtest du denn kann ich dir bei etwas helfen hallo ich könnte deine hilfe brauchen ich bin schon alt und kann kein werkzeug herstellen könntest du mir bitte eine axt besorgen ich werde nicht vergessen sich dafür zu belohnen ich kann das machen ich glaube ich habe sogar hakt so hallo hier ist die axt die du wolltest ich danke dir viermals und früher kenne ich ein paar crafting rezepte und ich werde sie dir zeigen ok ja schön aber jetzt neue kräftige rezepte bekommen ich glaube nicht was neues freigeschaltet vielleicht kann natürlich sein dass sie jetzt hier erst auftauchen oder aufgetaucht sind und vorher noch gar nicht da waren weil er mir jetzt beigebracht hat habe ich leider einen wirklichen überblick zu aber es wird schon seine richtigkeit haben ich denke mal er wird uns ja da nicht betrogen haben und uns irgendwas beigebracht haben schade dass man das nicht sieht hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen was man als belohnen bekommt wir auch manchmal ein kleiner dödel so und wir hatten noch genau komira du alles doch noch was kann ich dir mal etwas helfen ich brauche die hilfe eines starken mannes ich werde dafür bezahlen betrachte mich als interessiert auch ein schöner satz ich muss meine familie ernähren aber die lebensmittel sind verschwunden ich habe münzen aber keine zeit ein glück ich habe nämlich keine münzen aber jede menge zeit das sollte nicht schwer sein ich bin gleich wieder da so ist erstmal gucken was sie dann haben möchte minder zu füttern sie möchte viermal fleisch haben und die haben auch noch da gebe ich sie doch gleich ich sehe dass du hast was ich brauche die börse mit den münzen gehört dir ja ich denke das sollte alles sein eine faire bezahlung für eine leichte aufgabe klar ist das gleiche aufgabe ich hatte das fleisch ja schon aber ich muss das jagen das war gar nicht so leicht apropos jagen ich sehe gerade wir haben ja jetzt dann unsere jagd ist ach schön das heißt wir dürfen jetzt wenn wir auf dem weg sind auch mal gucken wegen füchsen und wegen wildschwein wildschwein genau so das finde ich gut aber ich brauche ein paar mehr spiel und ich brauche der wachs vor allen dingen habe ich noch stein mit zack erforderlich habe ich nicht zwei steine habe ich noch müsste eigentlich doch reichen oder warum kann ich mir eine axt herstellen ich kann mir eine sehr schön so da haben wir wieder eine axt muss man wieder auf die 1 packen die ist sogar wieder auf der 1 okay das ist schön wenn das automatisch funktioniert natürlich jetzt ein bisschen blöd dass hier nur bürken stehen aber okay neues gebäude freigeschaltet ressourcenlager dann soll ich mal gucken technologie ressourcenlager so das dorf ist der hauptlager platz ach so das dorf ist der hauptlager platz für ressourcen und erhält ressourcen also sie meinen sicherlich das gebäude ist der hauptlager platz für ressourcen die im holz schuppen grabung schuppen in der mine jagdhütte scheune und im ferch gesammelt werden die bewohner brauchen dieses gebäude um holz zu bekommen alles klar das heißt wenn ich das richtig verstehe wird das ressourcenlager dafür genutzt um all diese gebäude sozusagen abzugrasen und die materialien von dort die dort hergestellt werden dann einzulagern jagd auch okay scheune das heißt dann würde ja hier auch das geerntete reinkommen dachte man das geht ins lebensmittellager und das hauptlager des dorfes für nahrung das meinten sie im anderen satz wahrscheinlich auch mal gucken genau das wollten sie hier wahrscheinlich aufschreiben das hauptlager oder der hauptlager platz für ressourcen des dorfes so aber lebensmittellager erhält nahrung die in der jagd fischerhütte scheune tier soja es kann natürlich sein dass in der jagdhütte nicht nur nicht nur fleisch und sowas gesammelt wird sondern auch andere sachen und die werden dann wahrscheinlich im ressourcenlager aber ich habe sehr gespannt das kommt ja jetzt im winter dann auf uns zu da wird daneben dem jagen werde ich dann natürlich viel bauen ganz einfach um auch mal ein bisschen voranzukommen wir wollen ja auch mal ein paar bürger und so haben für unser dorf und ein paar dorfbewohner und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen gebäude haben so können wir ja gleich mal ein bisschen gucken nebenbei ich werde euch ein hasen brauche ich nicht nur also hase hase wenn ich keine hasen brauche dann sind unmenge hasen da ich schwöre ich kriege nachher wieder irgendwie fest wo ich hasen brauche und dann sind wieder keine hasen mehr in der nähe so ach so ich wollte mir noch spiele wie viel spiel habe ich dann jetzt 345 ja ich glaube das ist ganz gut wenn ich dann noch den ein oder anderen herstelle so zack zack zwei stück aber sieben das dürfte die kleineren dinge des lebens reichen so ja habe ich mir überlegt was wir jetzt machen könnten weil der tat also dass die jahreszeit ist ja fast zu ende das heißt wir werden auf jeden fall am ende des tages zurückgeporten hause aber ich denke mal wir gehen noch nach denika das müssten wir eigentlich schaffen zeitlich weiß nicht genau was da auf uns wartet wenn ich mich recht im sinne musste man da irgendwie dann material besorgen und glaube ich aber ich weiß nicht mehr wie viel das war wenn ich da überhaupt richtig liege das wäre nicht das erste mal dass ich mich vertue aber gut so ja solange nichts spannendes passiert ich bin jetzt hier nur am laufen nach denika wir sehen uns also gleich entweder vor denika oder falls noch irgendwas passiert unterwegs ist ein wo ihr seht schon wissen noch nicht in denika liegt daran dass ich gerade einen lachen gehört habe und das ist ja ein fuchs also sagen wir sehen und jawohl da war das ist unser erster fuchs für die quest sehr schön so es ist zwar auch ein bisschen schockierend wir dann da so liegt der ärmste aber es muss sein wenn wir gleich noch ein bisschen gucken obwohl hier noch ein bisschen mehr lachen hören da hoffen wir dass es kein jaulen wird so ein wild schwein über war auch das ist ja super das trifft sich hoffentlich treffe ich es auch aber gar nicht schlecht da das war das wilde schwein so dann haben wir jetzt den fuchs und wildschwein schon habe ich meine späre wieder bekommen scheint so wo eins ist doch bestimmt noch ein zweites ach wusste ich doch so jetzt bei jetzt muss ich erstmal ein kleines screenshot machen das muss auch mal sein hallo herr schwein da kommen wir nicht angewandt weg weg jetzt rennt es wieder weg wo wir sind jetzt kommt wieder zurück so da war das zweite schwein auch schön geht ja voran eigentlich wollte ich dir erst im erbst oder winter machen die quest aber wenn das hier schon so ist dass mir die tiere eigentlich direkt in die arme laufen dann sollte man es auch ausnutzen ich wurde dass ich gerade auf der karte war das war nicht um zu gucken wo ich bin sondern vielmehr um mal ein zicklein zu zeigen dass ich im sommer bin was ich gerade jemand darauf bestanden hat dass ich im herzen wäre ich bin ja verwirrt aber manchmal habe ich doch tatsächlich die übersicht ich finde es gut wenn ich irgendwas zeigen kann ich recht habe hier so jetzt bin ich aber glatt weg schon dran vorbeigelaufen an den ik ob der wildschweine und der füchse auch ein hübsches dörfchen hier schön gelegen so am berg das hat was weg stecken bin aber denn hier zu sitzen könnt ihr beide was du kannst was für ein grunzen ich wundere euch nicht wenn es bei den screenshots ein bisschen ein bisschen länger dauert aber die werden bei mir gleich durch den tool der noch einsortiert ludwika so hallo fremder bin vor kurzem dieses land gekommen und kenne hier niemanden was kann ich für dich tun ja das geht mir nicht viel anders hast du einen moment zeit sicher worum geht es ist tief geworden die damenstimme eben wie es ist hier letzter zeit ergangen kürzlich bin ich der jagt und jetzt habe ich nicht wirklich darauf geachtet aber ich glaube sie hatte sie hatte fischskill nicht jagen plus fünf na also das reicht auch am anfang hast du noch mal moment zeit hat mir klar schon tratsch mag ich nicht so wie ist die arbeit ich auch plus 12 sehr schön heute geht es aber ab hier und leider mal nach 79 kommen ein punkt aber doch auch nicht doch adlige aufschneiden oder adlinge das ist immer so eine sache sind beides keine besonders guten sachen ich nehme den arbeit glück gehabt das fünf sehr schön so damit hätten wir ludwika auch schon bereit um dann später mit ins dorf zu kommen wer bist du berat berat auch guckt euch das an wie süß kleine mini zicken guck mal zicklein verwandt von hier macht es so ja die es übrigens nicht wissen zicklein ist meine mitspielerin in all unseren multiplayer spielen und sonst spielt sie glaube ich auch mit die wild dynasty so das ist also dagobert und hier sollten wir her gehen um mit ihm über die wölfe zu reden hey fremder was machst du auf meinem land das ist schon mal eine schöne begrüßung ich bin kein fremder mehr ich bin rasimir neffe von lordan ich bin schon vor geraumer zeit in dieses tal gezogen nun wenn du wirklich lordans neffe bist kannst du doch nicht so schlecht sein okay das ist auch mal eine schöne aussage gibt es dafür ein beweis ich habe seinen kopf in der tasche oder was weiß auch nicht was soll ich denn da ein beweis nun meine mutter erzählte mir er habe eine narbe auf der linken wange und eine ungeschickte art auf den rücken eines pferdes auf und ab zu steigen eine kindheitsverletzung oder so gut genug fürs erste also was willst du ich wurde geschickt um dich zu warnen wölfe versammeln sich südöstlich deines hauses und es ist nur eine frage der zeit bis sie neugierig oder hungrig werden du solltest ein paar palisaden bauen und deine familie bewaffnen und deine familie bewaffnen so wollen wir sehen ach ja er glaubt mir nicht er hat es hat seit vielen vielen jahren keine wolfsangriffe mehr gegeben zu viele menschen leben jetzt hier und die wölfe ziehen sich in die berge zurück es ist sehr unwahrscheinlich dass sie herunterkommen so aber zwei seien zur auswahl nehmen wir mal aber nicht unmöglich sambo sagt er habe eine groß ein großes rudel immer näher und näher kommen sehen in ordnung ich werde es ernst nehmen aber ich habe kein holz mehr wenn du mir 40 rundhölzer besorgen kann baue ich die palisade selbst das ist eine menge arbeit dagobert und meine frau wird dich mit dem besten verwöhnen was die unsere küche zu bieten hat du hast meine axt so da wenn du hast meine axt geh schon mal los und hackholz ich war dann hier mit deiner frau ich jetzt ich muss das wirklich alleine machen oma aber hier ist noch bär die muss ich erst noch einsammeln ganz schnell ab werden kann man immer gebrauchen lecker bärchen sehr schön dann heißt es erst mal 40 rundhölzer besorgen ich weiß noch beim letzten mal habe ich die quest hier oben erledigt habe einfach das ganze holz hier abgehackt und habe es dann runter rollen lassen das lande dann fast bei ihm vor der tür wir schon brauchte ich keine noch möchte ich bin ja so überladen machen dann wieder und die stöcke können wir natürlich wegschmeißen davon finden wir jetzt mehr ernst genug einstein behalte ich aber lieber ach die bären sind dass ich bin auch guckt euch das an wenn wir uns mal richtig satt essen und das macht ja auch gleich den flüssigkeitsbedarf wieder hoch das finde ich gut ich hoffe ich krieg jetzt hier nicht irgendwie auf es hat keine nebenwirkung sagen wir es mal so nein 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 ich muss mich jetzt konzentrieren ich muss bäume fällt ich darf jetzt keine hirsche jagen gehen so jetzt gibt es hier glaube ich beim fichte bei der fichte gibt es mal drei so das heißt das sind 36 plus wurzeln und wirklich die mit ausjahr machen wir dann acht das sind zwölf aber dann 16 über alle stücken finden 20 das wäre die hälfte immerhin so die wir jetzt erst mal zerlegen 1 so ich habe jetzt übrigens mit absicht nicht gleich aufgesammelt weil ich jetzt gleich dann die stöckchen erstmal wegwerfen und dann kann ich erst mal schnell ausbuddeln habe ich in meiner schaufel ich habe mit den schrauben holen also ob der krieg schlau auf die 6 und die schaufel auf die 5 so 5 sagt einer nämlich die an du wirst du bist dann vier ach hier liegt ja auch noch einer die nämlich ganz vergessen auseinanderzunehmen nix zu zugenäht und jemals aber gleich auf dann das wird schwierig werden die alle zu transportieren also da hoch ach die spiele sind natürlich auch noch da die sind auch noch relativ schwer aber gut sei es doch wir kriegen das schon irgendwie hin dann machen wir jetzt erst mal hier vier so hätte auch fünf waren können das wäre eine schönere zahl aber gut so schnappen uns die rundhölzer dass sie runter rollen so wunderschön ja die rollen natürlich genau in die falsche richtung so da darf ich nicht vergessen das sind dann jetzt fünf das ist eine bessere zahl dann haben wir neun unten plus den einen sind es zehn da fällt mir ein genau das ging doch auch so man sollte auch nicht zu groß häuschen machen weil man muss hier unten auch wieder aufgeben dann hat man da unten wieder so schwer zu tragen 1 2 3 4 1 darf ich noch und ab dafür so ihr müsst euch das jetzt natürlich nicht die ganze zeit angucken ihr seht ja was ich jetzt hier angefangen habe ich natürlich auch zu ende und wir sehen uns gleich wenn ich unten bin um die 40 rundhölzer abzugeben oder sind wir gerade dabei die letzten acht stämme nach hause gehen und zu schlafen aber wir haben es geschafft 40 stämme an dagobert zu liefern und jetzt soll ich mit seiner frau sprechen der matilda da wollen wir gucken er geht ja in die richtung als gehe ich machen aus dass sie hier irgendwo das ist oder weil sie matilda ach ich finde es gut dass man die quest auch nachts machen kann du musst nach der harten arbeit halb verhungert sein hier eine herzhafte suppe und etwas super okay bei der herzhafte suppe und etwas super also zwei so das riecht lecker kann ich das rezept haben nun es ist ein familiengeheimnis schämlich trotzdem danke für die mahlzeit okay das heißt wir haben jetzt wenn ich das richtig verstanden habe zwei suppen bekommen oder nicht dass so sagt da haben wir eine suppe ja klar da ist noch eine suppe das ist doch super wir sind zwar immer noch haben aber wir haben zwar so finde ich gut so jetzt muss ich noch kurz zurückflitzen denn ich habe einiges an sachen rausschmeißen müssen um schnell genug voranzukommen und die will ich natürlich hier lassen da denn ich habe ja auch spiere hingeschmissen und dann muss ich noch ganz schnell ein wieder mitnehmen sicher sicher war habe ich um sie wieder zu finden meine bären hier in dieses genau diese wasserschlüssel gemacht die sehr schön dann haben die quests erledigt wir haben gefühlt und wir müssen jetzt nach costovia wie spät haben wir es denn überhaupt 21 59 schafft man eh nicht mehr fähigkeiten können wir gleich mal gucken was haben wir bekommen kenntnis an der gewinnung nächstes level o2 sogar guckt euch das an das ist schön zack zack so aber das auch schon fertig auch ich bin so gespannt auf die anderen skills naja ach jetzt ist die sache laufen wir jetzt oder warten wir bis die nähe bis der nächste tag anbricht können natürlich einfach ein feuer hinstellen um das ganze zu beschleunigen nur stöcke haben wir ja ich denke mal das ist die beste variante weil wir werden es nicht schaffen in zwei stunden nach costovia zu laufen und die quest soll abzugeben und so sind wir dann gleich zu hause am heimischen erd können die sachen auspacken die uns zu viel sind und ich hoffe mal dass uns jetzt hier kein kein wildes tier begegnet dann bauen wir mal schnell das feuerchen hier dürfen wir sogar bleiben wir mal eine runde und dann sind wir wieder zu hause das war ja mittelalter ganz normal wenn man da im lager vorher mal eingeschlafen ist dann haben einen die netten nachbarn einfach nach hause geschleppt weil sie gedacht haben einen stock besoffen so es regnet das ist ein guter start für den herbst regen und leicht stürmisch schön schön so was haben wir denn alles was weg packen können ach guck jetzt ist es verdorben was war das teil meiner bären würde ich mal meinen nicht ich glaube ich hatte ein paar mehr das ist aber gar nicht schlecht das können wir dann benutzen um daraus dünger zu machen so wenn das wollen wir jetzt genau wir wollen das rüberschieben zack wie platz haben wir denn noch in der kiste weil so viel ist auch nicht mehr drin packen wir mal die stöckchen noch rüber natürlich die pelze das leder die feder so aber wieder ein bisschen ordnung so richtig leicht sind wir zwar nicht aber ach guckt euch das an ich finde das schön wenn die pilze aus dem boden sprießen die ganze zeit nur sammeln 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 aber nein wir werden jetzt nicht sammeln 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 außer die pilze die ein bisschen bisschen anders aussehen das ist ein reizger oder genau edelreizger weil da gibt es ja auch immer wieder kreis hause 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 ich muss jetzt meine nase habe ihn noch fast getroffen gehabt da sagen das können sie gut das haken schlagen na also es tut mir auch leid aber es lässt sich leider nicht verhindern verhindern wir brauchen das fleisch um dann auch über den winter zu kommen nachher so hier gleich noch mal wusste ich doch die hasenfalle ist auch voll die müssen wir natürlich auch noch schön in mehr machen so das fleisch werden wir mal gleich noch durchbraten das habe ich nämlich eben ganz vergessen erstmal die pelze weg packen wieder eine feder stein dann braten wir schnell mal nicht lange drücken du dödel einmal drücken reicht da schaffe ich mal fleisch das dauert einen kleinen moment ich hole euch gleich wieder rein weil wir fertig sind so das fleisch aber durchgebraten sehr schön und jetzt geht's ganz schnell rüber nach ach du es geht schon wieder los wie ganze quest da gibt ja jeder jahr ist seit neue quest aber wir machen jetzt trotzdem erst mal die ingostovia denn ich dem bauhammer du dödel aber wieder einer was haben wir denn da bittere eurenpilz man weiß ja nie ja ab und zu mal quest wo pilze gebraucht werden und die sind ja auch alle essbar ach das ist ein krug ein röhrenpilz und ein bitterer röhrenpilz und noch einen von da ist noch guck die sehen ja eigentlich sehen sie aus wie steinpilze die sind ja früher anders weiß es nicht oh guck mal eine ganze miese voll das bisschen zeit müssen wir uns nehmen wir brauchen ja immer wieder was zu essen und auch wenn pilze nicht so schön sind wie beeren weil wir ja nun mal wasser und essen machen sind sie auf jeden fall besser als nix im hagen ich glaube es gibt auch rezepte für pilze und die können wir zwar noch nicht aber deswegen kann man das pilz zusammen ja trotzdem schon mal ein bisschen üben so unterwegs werden wir natürlich gucken ob wir irgendwo noch ein noch fuchs finden oder ein wildschwein ich werde doch mal die quest wieder einblenden das müsste genau hier ist sie so glückchen trinken aus dem schönen bache so späere hatte ich ja wohl noch ja ja so ein paar späere habe ich noch die war auch ein bisschen weg ja so ein bisschen durch den durch den heimstreifen hier irgendwo wird es bestimmt den einen oder anderen fuchs geben darf mich jetzt muss ich wieder wiese wie sind es zu groß das brauchen wir jetzt noch nicht schöne tier sind das ich hole euch rein wenn wir irgendwas finden sollten unterwegs und ansonsten sehen wir uns gleich in kastrovia und west abgeben so das war gekommen in kastrovia es regnet immer noch wo wir sitzen hier alles nur du mir hält das wäre schön du mir die ich hätte ich gern immer die axel angst ist ich würde das bild machen nicht weggucken wenn ich die fotografiere das ist nicht nett machen wir es eben so rum so da gucken wir doch mal damit fangen wir mal nicht an aber das wäre natürlich auch eine möglichkeit dann ich weiß ja nicht ob sie auf regen steht aber klatsch und trat ist auch immer so eine sache kommen wir versuchen es mal plus null naja wenn wir noch mal feldarbeit harter job da sie ja feldarbeiterin ist wie ist es ja in letzter zeit ergangen oder wie ist die arbeit auch schön dass du fragst siehst du wohl ach schade weiter geht es nicht aber 65 könnte schon reichen jawoll hingabe an die arbeit und das habe ich noch gar nicht gehabt bewundere deine hingabe an die arbeit dafür verdienst du höchstes lob weißt du ich bin ziemlich stark das wirkt wunderbar bei den damen alles klar wie die mal das hier nicht ganz so aufschneiderisch naja hab das fünf immerhin ähm nein die figur nehmen wir definitiv nicht da haben wir die hingabe noch mal das ist schön und wir dürfen noch mal ähm ach nehmen wir mal das gehen wir auf nummer sicher 15 und das war es für heute aber immerhin wir haben sie auch 65 und 15 das ist schon mal nicht schlecht das wäre natürlich toll wenn wir die ludomira bekommen würden dann hätten wir jemand fürs feld schon mal zwar eigentlich brauchen ist noch ein guter jäger und natürlich auch jemand der gut im abbau ist aber das sehen wir dann ich mag es ja also ich ähm wenn es ja toll wenn wir für die einzelnen bereiche jeweils jemanden hätten der im dreier skill hat normal das ist immer ein guter ausgangspunkt so moment ich wollte eigentlich zum unikost der unikost wo steckt er schon oder ja hallo ach hier oben da sitzt er ja robert du siehst genauso aus wie die olga die boden aber da unten spielt ja öfter zusammen robert sagst du nichts zu aber du magst den regen offensichtlich er wiegt sich im regen wie süß he he und unikost sitzt hier auf dem hocker neben dem holz wollen wir doch mal sehen so wie ist das in denika gelaufen nun sie sind jetzt vorbereitet und sicher vermutlich eine einfache holzpalisade ja und ich denke dagobert ist ein mann der keine angst vor wölfen hat was war es soweit erstmal geschichte von unikost guck mal doch mal nach robert ich will dich nicht umrempeln guck mal doch mal nach wie es da dann weiter gehen würde warte auf weitere ereignisse so ich mit albin muss ich noch ich mit albin aber den albin hier oben ist erstmal noch eine quest da müssen wir erstmal gucken was ist denn mit euch los so schlammig dass ihr versuchen seid ihr liegt hier auf der schwelle ineinander gekuschelt ist ja auch das beste bei dem wetter so mein freund was kann ich denn für dich tun so wie mir so wie mir so wie mir so ich dir so ich habe meinen eimer verloren den ich zum melken brauche kannst du mir einen anderen bringen und 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 das ist ja auch eine coole antwort jetzt braucht er ein eimer mit auch guckt euch das an wie süß hallo ihr kleinen gänse seid ihr gänse aber auch mal ein schönes foto von das sieht doch gut aus so wir brauchen einen eimer müssen einen kaufen und albin ist der albin auf dem feld ne der ist da hinten irgendwo dann müssen wir mal gucken wer uns einen eimer verkaufen könnte oder wir mobsen wirklich irgendwo ein aber herstellen geht ja noch nicht albin wo steckst denn du hier ist ach das ist gar nicht albis tilda batilda wirklich war matilda nicht mehr frei musste sie batilda nehmen ah ja kann ich dir bei etwas helfen ja ich brauche hilfe ich fühle mich in letzter zeit nicht gut ich glaube dass ich vielleicht an etwas zugrunde gehen könnte das tut mir aber leid würdest du mir ein paar pilze oder kräuter bringen damit ich einen eintopf meiner familie zur heilung machen kann ich habe es euch doch gesagt pilze sind immer wichtig klar ich bringe sie zu dir so jetzt müssen wir mal gucken was sie denn für welche haben und ich habe bestimmt genau die falschen gesammelt da könnte ich jetzt schon drauf hätten so was brauchen wir denn sage ich doch fliegenpilze sie haben für ihre suppe und röhrenpilze gut röhrenpilze hätten wir ja schon vier aber fliegenpilze mal gut die sind nicht so schwer zu sehen wollen wir mal sehen ob wir das bekamen aber wo treibt sich denn der alwin rum ist der alwin auf dem feld bei dem wetter müssen wir mal gucken ist aber auch jedenfalls da hinten jemand ist das der alwin mit mützchen ne das ist der edwin ein naher verwandter vom alwin aber eben nicht der alwin hier oben ist auch keiner na na ich denke alwin ist ein fleißiger feldarbeiter dann ist er nicht auf dem feld wenn es nötig ist so wollen wir kurz überblick verschaffen alle die nach bilder sabonier jub der alwin ist unser hand gekommen das ist ja seltsam da ist nur der elfin na du kann doch nicht weg sein interessant alwin auf abwägen werden wir wohl mal ein plakat raushängen müssen gucken wir doch mal was passiert ob das was bringt wenn ich he he ja klar klar bringt das was das war wieder mal so eine idee vom zicklein mach doch mal die quest dann dann siehst du auch wo der dödel ist du dödel das waren zwar nicht ihre genauen worte aber ich könnte wetten das wäre die übersetzung aber ich habe noch gerade hier oben geguckt da hinten steht er mit dem ist der hier unterwegs alwin na so alwin erzähl mal was hast du denn hallo was gibt es neues alwin ich habe den konflikt meiner mutter mit also eh ok weiter ich verstehe das für ihn nur ein spiel ist schließlich habe ich in seinem alter mit seiner älteren schwester gespielt ich war ein ritter mit einem Stock statt einem Schwert, aber ich habe ihre Ehre verteidigt. Wie es jeder Ritter tut, es ist herehrenswert. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Ich glaube, er braucht etwas, das ihn beschäftigt und von meiner Schwester fernhält. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Okay, den muss ich jetzt nicht verstehen. Guck mich nicht so an, Alvina. Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Damit auch du etwas Frieden haben kannst. Was? Es wäre schön. Ende des Dialogs. Alvins Geschichte, Teil 2. Liefer an Dalleboer einen Stock. Ich habe nicht mal einen Stock bei, um den an Dalleboer zu liefern. Jetzt weiß ich aber auch, warum der Alvin sich hier oben mit der Dobromira rumtreibt. Die hat das schon als er klein war geärgert. Die ist also beschützt. Das wird sie wahrscheinlich etwas anders sehen. So, jetzt haben wir ein Stückchen. Dann gucken wir doch mal, wo der Dalleboer sich rumtreibt. Dalleboer, du kleiner Frechdachs. Kleiner Mädchenärgerer. Wollen wir doch mal sehen, ob er nicht überzeugt kriegen, dass er aufhört, die Schwester vom Alvin zu ärgern. Da ist er. Er sieht auch schon so ein bisschen aus, als ob er einen Schalke im Nacken hätte. Na ja, da brauchst du gar nicht weggucken. So, Dalleboer. Hallo. Hi, du bist Dalleboer richtig. Wusste gar nicht, was man früher schon high gesagt hat. Und? Du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß eine Menge über sie. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter angefangen anfangen zu lernen, wie man mit einem Holzschwert kämpft? Aber wir tricksten ihn also jetzt ein bisschen aus. Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, nicht Ritter? Hufällig habe ich eines bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Jawohl, Prinz Eisenherz. Ich fühle mich geehrt. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Gib ihm einen Stock. So. Es sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus. Auf den Kopf gefallen ist er jedenfalls nicht. Um deine Gegner zu überraschen. Achso, wie trickst du? Oh Gott, oh Gott, du hast ein arme Kind. Und weißt du was? Was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das. Aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahr und sorgen dafür, dass ihnen kein Schaden zugefügt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Also gut. Danke für das Schwert, nicht Ritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen. Gern geschehen, junger Herr. Gern geschehen. So. Damit haben wir den Dalleboar also zum Ritter geschlagen. Denn auch nur mit dem Holzschwert. Und alle stehen auch. Ja, so ist das richtig. Jetzt mal alle Spanier stehen hier für den Dalleboar. Den neuen kleinen Ritter des Dorfes. So, und wir können wieder zurück zum Alwin. Ach, das ist doch schön. Was wir so alles machen dürfen. Wollen wir doch mal gucken, was der Alwin dazu sagt, dass wir den Dalleboar jetzt zum Ritter geschlagen haben. Hallo. Ich habe dein Problem mit Dalleboar gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Der junge Mann hört auf niemandem. Du hast mich mit diesem Stock auf und der Rittergeschichte auf eine Idee gebracht. Ich erhielt dieses Brot von Dombomira. Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders. Aber ich denke, du hast es dir verdient. Ihr, nimm es. Vielen Dank. Kein Problem. Manchmal gibt sie mir Sachen aus der Taverne ihrer Mutter. Wo steht ihr euch nahe? Nein, nein, ich weiß nicht. Also gut, bis bald. Ich habe es doch gewusst, der Alwin. Kleiner, schweren Hüter. Das ist hier wohl nicht nur Feldarbeit, was du machst, nicht? Wir haben noch ganz andere Sachen bearbeitet. Da guckt mich das Ticklein schon wieder ganz verbündet von der Seite an. Wie kannst du sowas nur sagen? Ja, Alwin ist doch ein grundanständiger Kerl. Natürlich, wie alle Kerle. Grundanständig. Wir brauchen immer noch einen Heimer. Olga. Du weißt, wie das funktioniert, nicht? Was der Alwin da oben mit der Dombomira vorhat. Du bist ja so entstanden. So. Das ist nichts Schlimmes. Auch in dieser Zeit nicht. Da geht ein Heimer. Kann ich den klauen? Ich könnte ihn klauen. Guckt jemand? Ich glaube, ich fühle mich gerade sehr beobachtet. Das heißt, ich werde den Heimer jetzt noch nicht stehlen. Aber später nachher auf jeden Fall, wenn es dunkle ist und alle zu Hause sind, dann hole ich mir den Heimer. Und bis dahin gehe ich Pilze sammeln. Die brauchen wir ja auch noch für die andere Quest. Und das machen wir aber erst alles in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.